Du musst doch daran aufpassen, dass man dir keine streichen. Es ist so eine Art Roletsch, wie das du leidest, über den du die Einsätze kontrollierst. Eines Abends denkst du dann daran, die Sache zu deinem Kürzen auszuhören. Das ist nicht schwer, weil du die Kugel in deiner Hand hältst. Wir finden einen Strom an. Er muss die Einsätze für dich machen. Du musst ja weitermachen. Und siehst du plötzlich, steckst du einen Strom an tatsächlich vor dir. Das ist gut.